Deutsche Übersetzung für YouTube-Video. Achtung Mac-Nutzer, WhatsApp bringt große Änderungen für die Desktop-App. Ab Oktober 2024 wird die alte Desktop-App für Mac eingestampft. Aber keine Panik, die neue Catalyst-basierte App ist da, um den Tag zu retten. Diese nagelneue App verspricht bessere Leistung, nahtlose Systemintegration und weniger Ressourcenverbrauch auf deinem Mac. Das alles dank Apples Catalyst-Framework, das iPad-Apps auf macOS wie zu Hause fühlen lässt. Klar, ein paar Funktionen wie der Community-Tab und Kanäle sind noch im Bau. Aber hey, WhatsApp verspricht, dass diese bald in zukünftigen Updates verfügbar sein werden. Was ist also das Fazit? Wenn du möchtest, dass WhatsApp weiterhin reibungslos auf deinem Mac funktioniert, solltest du die neue App vor Oktober von der WhatsApp-Website herunterladen, bevor die alte den Geist aufgibt. Glaub uns, dein Mac wird es dir danken. Das war's erstmal. Bleib dran für weitere Tech-Updates. Und wie immer, viel Spaß beim Chatten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.